Musste einfach sein. Ohne Bastila ist es gleich viel cooler. Karl! Ja? Ihr müsst reden über mein Leben als Star 3. So ist es. Und wir sind auf meinem liebsten Planeten angekommen. Und bevor wir da weitermachen, mache ich einen Schnitt. Denn das war schon ziemlich herb alles. Wie stehe ich jetzt eigentlich da? Warum ist Jolie blau? Naja. Gut. Speichern wir. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin.